Du willst wissen, worum es in Wojzeck von Georg Büchner geht? Dann bist du hier genau richtig. In unserem Video erklären wir dir alles Wichtige zu dem Drama. Los geht's! Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Wojzeck ist ein Drama von Georg Büchner aus dem Jahr 1879. Du kannst das Werk in die Epoche des Vormärts einordnen. In dem Drama geht es um den Soldaten Wojzeck, der von seinen Vorgesetzten gedemütigt wird. Als ihn schließlich auch noch seine Freundin Marie betrügt, bringt er sie aus Wut und Verzweiflung um. Damit du den Inhalt des Dramas besser verstehst, stellen wir dir zuerst die wichtigsten Charaktere vor. Hauptfigur ist der 30-jährige Soldat Wojzeck. Er ist psychisch instabil und leidet unter der Krankheit Schizophrenie. Deshalb hört er Stimmen und hat Wahnvorstellungen. Wojzeck versucht mit verschiedenen Nebentätigkeiten, sein Gehalt aufzubessern. Denn er muss seine Freundin Marie und seinen unehelichen Sohn Christian versorgen. Marie gilt als hübsch und attraktiv und betrügt Wojzeck mit dem Tambur-Major. Sie bereut ihre Untreue, wird aber trotzdem von Wojzeck aus Eifersucht ermordet. Der Tambur-Major ist der Anführer der Militärkapelle. Er ist ziemlich gepflegt und attraktiv, was Marie sehr anziehend findet. Auch der Tambur-Major ist angetan und macht ihr teure Geschenke. Dann gibt es noch den Doktor und den Hauptmann, von denen Wojzeck gedemütigt wird. Der Hauptmann zieht Wojzeck mit seinem unehelichen Kind auf. Der Doktor benutzt ihn für seine Experimente und sieht den Soldaten nur als Versuchsobjekt. Als letztes gibt es noch Andres. Er ist Wojzecks Kamerad und Freund. Super, jetzt weißt du über die wichtigsten Figuren des Dramas Bescheid. Du möchtest kostenlose Bildung unterstützen? Dann abonniere unseren Kanal! Als nächstes stellen wir dir die Handlung vor. Wojzeck spielt zu Beginn des 19. Jahrhunderts in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Am Anfang des Dramas befinden sich Wojzeck und Andres draußen in der Natur, um für den Hauptmann Stöcke abzuschneiden. Wojzeck bekommt Halluzinationen und sieht Lichter am Himmel. Währenddessen steht seine Freundin Marie am Fenster ihres Hauses und sieht den vorbeiziehenden Soldaten zu. Ihr fällt der Tambur-Major ins Auge, den sie sofort attraktiv findet. Später erzählt Wojzeck ihr von seinen Halluzinationen, was Marie ziemlich unheimlich findet. Als Wojzeck und Marie auf einen Jahrmarkt gehen, treffen sie dort den Tambur-Major, der sich ebenfalls zu Marie hingezogen fühlt. Außerdem schenkt er Marie ein paar Ohrringe. Um sein Gehalt aufzubessern, übernimmt Wojzeck den Job eines Herrenfriseurs im Auftrag des Hauptmanns. Er muss seinem Vorgesetzten regelmäßig den Bart rasieren. Der Hauptmann macht sich währenddessen immer über Wojzeck lustig und zieht ihn damit auf, dass er ein uneheliches Kind hat. Eines Tages treffen sich Marie und der Tambur-Major und gestehen sich, wie toll sie einander finden. Dabei kommen sie sich auch körperlich näher. Wojzeck geht unterdessen einem weiteren Nebenjob nach. Er wird dafür bezahlt, dass ein Doktor mit ihm Experimente zur Ernährung durchführen darf. Wojzeck darf dabei seit einiger Zeit nichts anderes als Erbsen zu sich nehmen und muss regelmäßig Urinproben beim Doktor abgeben. Er betrachtet Wojzeck als Versuchsobjekt und ist fasziniert von Wojzecks Halluzinationen. Als der Hauptmann und der Doktor sich einmal auf der Straße begegnen, unterhalten sie sich miteinander. Während des Gesprächs treffen die beiden auf Wojzeck. Der Hauptmann deutet eine Affäre zwischen Marie und dem Tambur-Major an. Wojzeck ist entsetzt und rennt davon. An einem Sonntagnachmittag sieht Wojzeck, wie Marie und der Tambur-Major in einem Wirtshaus miteinander tanzen. Er traut seinen Augen kaum und ist erschüttert und enttäuscht zugleich. Wojzeck bekommt erneut Halluzinationen und glaubt, Stimmen zu hören. Sie befehlen ihm, Marie umzubringen. Die Stimmen verfolgen ihn bis in die Nacht und er kann nicht schlafen. Als er seinem Kameraden Andres von den Stimmen erzählt, glaubt Andres, dass Wojzeck Fieber hätte. Er rät ihm, ein Medikament einzunehmen und zu schlafen. Erneut im Wirtshaus treffen der Tambur-Major und Wojzeck aufeinander. Der Tambur-Major provoziert Wojzeck und es kommt zu einer Schlägerei. Wojzeck verliert und macht sich auf den Weg, ein Messer zu kaufen. Super, jetzt weißt du schon einiges über Wojzeck. Aber wie geht es weiter? Was hat Wojzeck mit dem Messer vor? Und wie kannst du das Werk interpretieren? All das erfährst du im nächsten Video. Also bleib dran!